Lass uns einen Blick auf den FocusVape Pro werfen. Von iFocus entwickelt ist dieser Vaporizer der Nachfolger des beliebten FocusVape. In der Box findest du den FocusVape Pro Vaporizer, ein Mundstück aus Glas, ein USB-Ladekabel, ein Filter-Set, eine Reinigungsbürste, ein Reinigungswerkzeug, einen Silikonschutz fürs Mundstück und wenn du bei uns bestellst, bekommst du optional einen SuSport Grinder kostenlos dazu. Zuerst solltest du deinen Vaporizer sterilisieren. Drücke dreimal hintereinander die Pfeiltaste nach links, um das Gerät zu aktivieren. Stelle dann mit Hilfe der rechten Pfeiltaste die maximale Temperatur von 240 Grad Celsius ein. Der FocusVape Pro wird automatisch mit Heizen beginnen. Lass das Gerät einen vollständigen Zyklus durchlaufen. Nach fünf Minuten wird der automatische Abschalt-Windows aktiviert und das Gerät fährt herunter. Drücke auf eine der beiden Tasten, um es wieder zu aktivieren und einen weiteren Heizzyklus zu starten. Wiederhole den Vorgang noch zweimal, um die Desinfektion abzuschließen. Dieser Schritt wird alle eventuellen Fremdstoffe im Innern des Vaporizers beseitigen. Jetzt kannst du deinen Vaporizer mit frisch gemahlenen Kräutern laden. Für deren Zubereitung empfehlen wir den SuSport Grinder. Er wurde speziell dafür entwickelt, Kräuter bis zu einer optimalen Stärke zu malen. Dadurch verkommen materialisch den Filter, während gleich zu sich die maximale Menge an ätherischen Ölen effizient verdampft wird. Schraube das Mundstück ab, um die Heizkammer freizulegen. Gib anschließend mit der SuS-Schaufel oder den Fingern deine Kräuter hinein. Schraube das Mundstück zurück und es kann losgehen. Du kannst die Temperatur des Focus Web Pro mit Hilfe der Pfeiltasten aufs Grad genau einstellen. Dabei kannst du neben dieser Angabe auch den Akkustand auf dem LED-Display ablesen. Du kannst zwischen 80 und 240 Grad Celsius jede beliebige Temperatur einstellen. Für bestmögliche Ergebnisse empfehlen wir, Temperaturen zwischen 190 und 210 Grad Celsius zu verwenden. Nach erneutem Anschalten wird das Gerät automatisch die zuletzt genutzte Temperatureinstellung übernehmen. Der Vaporizer benötigt zum Heizen weniger als eine Minute. Zuletzt werde ich dir noch ein paar Besonderheiten des Focus Web Pro zeigen, die zu einem so beliebten Modell machen. Erstens lässt sich das Gerät mit Hilfe der Pfeiltasten aufs Grad genau einstellen. Du kannst die Dampftische somit optimal deinen Wünschen entsprechend anpassen. Verwende höhere Einstellungen für besonders dichten Dampf und entsprechend niedrige für einen tollen Geschmack. Zweitens ist der Focus Web Pro mit den Pfeiltasten und dem LED-Display super einfach zu handhaben. Er ist einfach zu laden, zu reinigen, aufzuladen und ist somit das ideale Einsteigermodell. Drittens ist der Akku des Vaporizers auswechselbar. Dadurch musst du mit dem Kauf weitere Akkus nie um die verbleibende Laufzeit fürchten. Der Focus Web Pro ist das ideale Modell für alle, die nach einem hochwertigen Vaporizer Ausschau halten, der einfach zu handhaben ist und großartigen Dampf verspricht. Ich bin Rebecca von T-Vape Deutschland. Danke fürs Zuschauen. Wir wünschen dir viel Spaß mit deinem Focus Web Pro Vaporizer. Bis zum nächsten Mal.